Herzlich willkommen zu einem neuen Video für eure Freunde. Heute gibt es mal unseren Null-Ur-Verbund für das Silvester 2018. Wie gesagt, wie versprochen, dieses Jahr ein bisschen größer ausgefallen. Ich gehe mal hier auf die andere Seite, dann sehen wir das vielleicht besser. Wert ungefähr so 130 Euro hat man ausgerechnet. Quasi geht es hier vorne los mit 6x Sakura gefächert. Denke ich mal sieht richtig geil aus. Dann hier 4x die Exclusive Collection von Jorke. Einfach senkrecht nach oben schießend. Dann geht es hier kurz noch mal ein bisschen ruhiger zu mit der Galaxis von VEGO. Dann leitet die Heron Pyroshopec 3-5 das finalisierende Gefächere der Vatrin ein. Also ist das so eine Kometenbatze mit Pfeifern glaube ich. Habe ich selber noch nie gezündet, werden wir sehen. Auf jeden Fall danach kommen die Fächer hier. Quasi 3x Bloody Mary von VEGO. Kommt bestimmt auch richtig gut. Dann hier zweimal gefächert die VEGO Ioniq. Und dazwischen noch eine Niko White Strobe. Wird auf jeden Fall ein schönes Blinker mehr geben. Und dann als Abschluss, hier muss man dann noch befestigen, die Finalbox Blau von Röder. Ja, ich denke mal ist es auf jeden Fall ordentlicher als letztes Jahr. Geht so um die 2 Minuten, haben wir uns ausgerechnet. Wir sind gespannt drauf und da sehen wir uns jetzt draußen bei der Zündung wieder in richtig geiler Silvesterstimmung. Viel Spaß dabei, Pyros. Wir sind vor Expressen und jetzt fasseln wir noch aus. woah! Jau! 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 Jau, Jau! 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.